ja der Klinik Prozent Prozent des Miners er hat er kommt zu leuten wird er denkt wenn er wieder hallo Prozent ich hielt die hat mich jetzt gerade so das Gefühl wie soll man was anderes war aus der KV 2 und 8 auch die Städte der Welt glaube ich jetzt drei Parts lang gemacht und wieder von jetzt sieben Das ist definitiv eine Abwechslung. Total. Wir können aber nichts anderes machen, das ist das Problem auch. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Hast du eigentlich nicht die Tiger Crew auf die Tiger 2 Crew gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange mehr. Aber du wolltest ja erst die Tiger Crew auf 100 machen und dann auf Tiger 2, oder wie war das? Irgendwie so war das schon mal zum Krieg. Im Krieg. Oh, das ist doch ein schönes Gefecht. Ja. Komm an, anbieten. Stadt, oder? Wo sonst? Mit Sternpanzern kann man ja nichts anderes machen. Ja, Panzernpanzern war irgendwie links. Klar war geradeaus. Was ist da los? Na wie, keine Ahnung, falls wir hier so lange aufnehmen, 100 zur Folge fahren wir dann einmal wirklich See. Oh, auf jeden Fall. Jetzt sind wir dann mit dem... Links Rest geradeaus, hinten, unten, oben. Einfach rein. See. Okay, See. 100 Abos Special. Yeah! Aber ja, hast du es gerne, wenn ich meinen Nachtart da reinstecke. Ja, schon ein bisschen. Ich glaube, der ab X12. Der liegt so auf Ando. Aber hart. Du kriegst jetzt so ziemlich... Zu... Nein. Können Sie nicht reden. Gehen Sie zur Schule. Haha, Statue. Du Opfer. Sehr schön, wir haben noch ein M6 dabei. Wir sind gerettet. Oh, Ripper. Wenn du jetzt nicht ein bisschen nach links fährst, dann muss ich dir leider... Hey! Der guckt schon. Hör auf. Hallo! Ich muss meinen Turm drehen. Nein! Nein, ich habe es! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Womit habe ich das nur verdient? Ey, links kommen schwere Panzer, der sollte da eher auf die schießen. Aber... So, erst mal abprallen. Und dann gucken wir weiter. Mein Motor ist im Arsch. Deine Motor ist im Arsch. Ach, ach, dein Motor. Nein. Oh, fuck! Wie kriege ich das weg? Ich habe auszusehen, Ershilfe geht aus der Welt. Können wir mal bitte die da wegmachen? Die geben mir gerade. Erst... Aua! So, ich habe Kette weg. Geil. Au. Du bist nicht weit genug angewinkelt, habe ich das Gefühl, doch wüsste. Na, ich bin der Perl. Was? Der hat mich auch gefühlt. Wie? Wie prallt der nicht ab? Alles ist möglich. Vielleicht wird der, hat der Toyota-Mohibchen oder so. Ja, ich glaube es auch, Alter. Erst mal zur Garage, du. Das gucken wir dir länger an. Ach, das... Ja, das war... Tschüss, Leute. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal wieder. Also, ich... Haben wir jetzt was länger nicht mehr. Und wir müssen ja einmal pro Folge. Wir haben ja unsere Pflichten. Und manchmal haben wir auch uns zu Tage. Wir fahren doch Achter, oder? Das hatten wir ja auch lange nicht mehr, du. Wieso? Jede Folge einmal, also... Entweder fahren wir K-4-2 und Tiger und Achter, oder wir fahren... Achter. Einfach nur Achter. T30, lecker, zum Frühstück, jeden Tag. Boah, nee. Muss das denn sein? Ja. Aber... Wir haben einen Kometen dabei. Oh, das wird aber ein Berg geschnitzelt, Ledo. Lecker, ein geschnitzeltes. Was? Ein geschnitzeltes. Das schmeckt geil, wa? Ja. Ich würde mal sagen, Berg. Ja, ich muss erst mal... BENDEN! Ich auch. Wir müssen alle wenden. BENDEN! Erst mal den Turm wenden. Juck dir nicht, der frisst sich hier hoch. Ja, klar. Warum sind die alle schneller als ich? Ja, gut, der E-50 Ton, ich meine. Hab dich gesagt. Das Tattoo ist so... die deutschen Panzerwurz 880 Tonn Stahl bestehen der Kürzler Orte oder ist durchgekommen weil mein Geschützplatz oder hat nicht durchgekommen Weltkrieg hat die Stürmer zu der Kürzlöser Wollschwelle Torbotsdam bis du festes Kindervor Koba wo der T30 mich getroffen hat wie der nicht abgeprallt ist die ist ein leib gericht voll durch ganz gut wenn ihr 40 dann auch zerstört wird aber jedoch nicht so weit wie ich als Kuss ab fertig Ripper es sprach doch äh in den Sack Ist das gewesen? Istra juke da nicht Kann der T30 dann erstmal schießen aber dich vorfahren kann? Hat er auch die Gelsau wir kommen in den T30 an aber auch nicht aber auch nicht alle drücken der 3 die 30 das machten um die da war und die letzte die bettet sich ist die schießen es ist leider soll der Autolader oder der Autolader aber damals da war die lücke verdammt man kriegt gibt uns eigentlich objekt 720 das war doch schnell ja dann drückt er jetzt mal durch mensch und zwar im arsch erst mal reparieren so und dann trotz aber ein bisschen auf der unterwahr die 30 gegeben gerichtet so dann gucken wir mal dass ich den rest gehen da könnte man sogar ausnahmsweise hohe Eiffel Lorten ich glaube das mache ich jetzt auch um um das steht einfach zwei Lola was soll ich daneben geschossen achso weil ich nein warum prallt diese scheiß Hure nicht ab Alter ich prall bei dem ab aber eher nicht bei mir das machen Sinn oder Hure ist ein hartes Fortschritt ah eh vor sie wenden Junge ah man jetzt habe ich mich hier ein bisschen verkantet aber naja wozu hat man schließlich zwei Motoren so bla die da 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 die 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 da die da die 88% wir müssen uns bereiten mein arsch ja oh nein oder oh man jetzt war das direkt verloren er hat den selben nähert er nicht den händchen drum darauf ach keiner ich hab kamikaze gekriegt ja dann ist alles gut 2.000 Wiese und doll 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 ich will gar nicht wissen wie viel miesig gemacht wird 8 7300 ich mag aus Prozent Leute danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin, ciao! Ciao!